Wird das heute ein Speedrun? I don't know. Mal gucken, wir haben heute auf jeden Fall Vereidigung und wenn der Prozess abgeschlossen ist, verpisse ich mich wieder, weil ich wollte ja eigentlich nur dafür sorgen, dass das hier richtig aufgearbeitet wird. Und das ist gut. Tank halt, dankeschön. Davor hatten wir Huckleberry und davor hatten wir Lynch. Aber Lynch kennst du doch. Ja, da ist er. Wer hat mich gerufen? Ah, da. Hallo, Herr Wagner hat nur gerade erzählt, dass er nur den Herrn Washington, dass das der erste Chief ist, den er kennt. Aber da habe ich gesagt, stimmt gar nicht. Lynch ist doch auch da. Der war auch mal unser Chief. Aber Lynch kenne ich ja nur vom Foto bis jetzt. Da sehen sie übrigens sehr dick aus auf dem Foto. Wagner. Das ist doch viel besser so, als andersrum. Aber es ist besser als andersrum. Da hat er recht. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Soll ich mich bedanken? Nee, eigentlich nicht. Die Vereidigung ist übrigens verschoben von 20, äh, von 21 auf 22 Uhr wegen dem Senats-Dings-Boomster. Okay. Hat der Washington mir gesagt. Ist schon alles geklärt. Die Planung ist aber soweit durch, ne? Es sieht richtig schön da oben aus. Aber keiner fährt da hin und guckt sich, so lässt sich schon mal spoilern, ne? Ihr werdet alles das nachher sehen. Wisst ihr, wie das Theater aussieht? Ja, ja, genau. Das Theater, nur das geht. Ja, ja, genau. Ich bin nachher leider in diesem Dienst. Wie? Wir sind beim Observatorium heute. Und da ist es richtig schön. Sieht zwar jetzt aus. Es ist halt ein Abend, bin ich einfach mal, habe ich mir was Privates vorgenommen? Es ist ein Abend, ne? Okay. Wirst du das Peeling nach dem Vibe wieder temporär leiten? Boah, ich glaube nicht. Äh, nee. Abend. So, mein Gott. Abend, Chief. Storici, Washington? Äh, Chief, kann ich gleich mit Ihnen sprechen? In Ruhe? Dann erkläre ich Sie sofort auf. Natürlich. Warum wir hier stehen. Danke. Darf ich so einen Vorschlag zum Überwachen machen? Bitte. Was starren Sie da schon wieder rein, Cortez? Ich guck, ich, ich hab nur geguckt, wer da alles drinne ist. Geht sich doch gar nichts an. Doch, weil, ähm, ich wollte abschätzen, wie lange das dauert. Und das sehen Sie anhand der Zahl der Leute, die da drinne ist? Genau. Wie lange dauert das denn jetzt noch? Es sieht mir kompliziert aus. Es könnte ein Weilchen dauern. Okay, das ist jetzt aber eine sehr ungefähre Zeitangabe. Ja, damit kann ich auch nicht viel falsch machen dann, ne? Ja, da können Sie aber auch nicht viel richtig machen. Okay, ich hab eine Frage, Herr Lentsch. Meine Frage ist, vereidigen wir Officer mit, also die Rang 3, also die Officer sind, also mit Dings, oder vereidigen wir einfach alle, die noch nicht vereidigt sind? Alle, alle, die nicht vereidigt wurden. Ja, hab ich ja auch gesagt. Genau. 22 Uhr hab ich Ihnen auch schon gesagt. Ja, genau. Ja. Perfekt. Also, da sollten ja, da die letzte Vereidigung gemacht wurde, als ich noch hier war, also die letzte Vereidigung, bevor ich gegangen bin, gehe ich davon aus, dass das so gut wie alle betreffen wird. Kann man in dem Game eigentlich mitwerten? Und ich, ich, nicht alle. Ich hab mir nun schon einige Videos angeschaut und habe richtig Bock mitzumachen. Aber wissen Sie, was ich auch mir, ähm, dachte, dass wir irgendeinen haben, der dann kontrolliert und das vielleicht in die Personalakte einträgt, dass die Leute dann vereidigt sind? Oder sollen die Leute sich da selber merken, dass die vereidigt sind? Hm. Ich glaube, also, es ist ein erheblicher Aufwand, das in die Personalakten zu hinterlegen. Hm. Und es ist auch unmöglich zu kontrollieren. Na, stimmt. Ich glaube nicht, dass es so wichtig ist tatsächlich. Diese Leute sollen sich das einfach merken. Genau, die sollen sich das selber merken. Ja. Perfekt. Was würden Sie denn sagen, wie lange das dauert, so? Sieben Minuten. Okay, cool. Aber, ähm, Sie gehen da ja gleich rein, dann können Sie das dem Herrn Washington ja sowieso sagen, oder? Was soll ich ihm sagen? Dass wir alle vereidigen. Das wäre nämlich schon meine Frage. Warum sollte das Herr Washington interessieren? Ach so, weiß ich nicht. Naja, natürlich vereidigen wir alle, das denke ich, weiß der auch. Okay. Okay, dann ist er gut. Na? Okidoki, dann, ähm, bis später, Herr Lentsch. Ja, bis dann. Hallo. 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 Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ich, ich brauche einmal kurz, ich brauche einmal kurz alle, ich brauche einmal noch mal alle, die jetzt aktuell. Kommen Sie, wollen wir los? Geht los im DJ. Ah ne, da müssen Sie ja nicht mit. Also, meine Coel ist Weber. Ach so, dann kommen Sie. Ja. Meine Güte. Was denn? Äh, ging ja gestern noch einiges langer. Wie lange waren Sie noch in dem Gespräch danach? Wo? Ähm, ja, bei dem Senat. Ach so, ne, das war kurz. Wir haben gesagt, wir machen morgen, äh, wir haben da nichts mehr gemacht jetzt. Wir haben auch gesagt, okay, die Urteils, äh, die wird dann im Prinzip morgen. Hm. Äh, jetzt hat mich Herr Beck gerade angerufen und meinte, Herr John ist auch schon da. Äh, ich sag, ja gut, dann machen wir das eben, ne, dann haben wir es hinter uns. Ja, genau. Habe ich Sie knurren gehört? Der knurrt hier. Habe ich so beschissen. Äh, die... Moment. Hi. Äh, dass die Vereidigung verlegt wurde, das, äh, wissen Sie, ne? Ja. Fahren wir mit hier, Otto? Ja, ja. Was ist das denn? Das ist der Cheapwagen. Ach du Scheiße. Was haben Sie hier denn? Das... Ist das wieder so ein Prototyp? Weiß ich nicht. Das hat Hawkins mir vor die Tür gestellt im Prinzip und hat gesagt, das ist ihrer. Gott. Aber ich find den schön, bin ich ehrlich. Ja, ich find ihn auch besonders unauffällig. Ja, klar. Dann weiß man zumindest, wem man, äh, wem man auf der Straße vor sich hat oder hinter sich, ja? Ja, ich mein, bietet sich an, so ein Bullenfänger vorne dran und alles, ne? Ja. Also Vereidigung 22 Uhr. Genau. Äh, ja, die Location ist ja dieselbe, aber das ist alles geplant. Ist nur eine Stunde nach hinten verschoben worden. Genau. Und vereidigt werden alle Officer, ne? keiner, jeder, der noch keine Vereidigung hatte. Ja, und, und zu dem Zeitpunkt verfügbar ist. Genau. Und möchte. Ja, was heißt möchte. Ja, ja, natürlich. Schriftlichtveranstaltung für alle, die da sind. Ja, natürlich, aber, ja. Gut, gehen wir das hier eben klären. Eben klären? Sie werden sich ne Weile besprechen, nehm ich an. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ja. Ja, hallo? Ja. Ja, dann notieren Sie sich das, damit man das im Nachhinein auch wieder, ja, 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 alles klar. Machen Sie es so. Ja, danke, tschüss. So, ja, ich weiß, wir müssen ein bisschen sprechen jetzt, aber das kriegen wir hin. Wir haben uns ja währenddessen schon ein bisschen unterhalten. Mr. Rickman. Grüße an Sie. Ist auch schon nervös und hier. Jetzt muss ich nur erstmal gucken, wo die sind. Na, fragen Sie doch vor einer Rezeption nach. Abend. Abend. Mr. Washington sucht den Besprechungsraum mit Mr. John für die Senatsbesprechung. Welches Zimmer? Es wird auch irgendwo einen Besprechungsraum geben, wo die, ist Mr. John denn schon da? Ja, aber ich glaube, da drüben steht er weg, oder nicht? Wo ist er denn? Da links, rechts von Ihnen. Ah, da hinten. Ja, gut, schon gefunden. Danke. Sehen Sie? Manchmal muss man einfach auch nur gucken. Ja. Hallo, hallo? Guten Abend. Guten Abend. Ja, genau, das ist korrekt. Ja, richtig. Und Stil wäre Freitag zu sprechen. Nur für Sie beide, meine Herren. Ich habe mich gerade bei den Officern sowie Mr. Masters nochmal bedankt für diese tolle Arbeit, dass ohne die gemeinsame Arbeit von Murphy und Price, von DOJ-Seiten, der Inneren und Mr. Masters sicherlich nicht so schnell die Ermittlungen zu diesen Ergebnissen gekommen wäre. Ja, perfekt. Der letzte Punkt ist noch, gestern ist ja in der Senatssitzung der Name O'Brien gefallen, dass der zu diesen Inner Circle rund um Harrison involviert war und da habe ich eben drum gebeten, dass da nochmal nachermittelt wird. O'Brien habe ich eben entlassen. Er kam zu mir und hat gekündigt. What? Oh. Ja. Kein Scheiß. Also ehrlich jetzt. Warum? Das ist das, was ich am Telefon meinte, Herr Beck. Er war bei mir und hat mich gefragt, ob es möglich wäre, dass er möchte in Urlaub. Er möchte nicht mehr. Er ist durch, hat er zu mir gesagt. Das sind dann, das sind diese, das sind diese Begleiterscheinungen, das ist Kollateralschaden bei der Entlassung immer. Ja. Die Freunde und die Bekannten und die guten Kollegen, die distanzieren sich dann schnell auch mal vom Department. Ja. Nicht unüblich. Ja, formell müsste noch ermittelt werden, weil zu dem Zeitpunkt, als der vermeintliche Verstoß begann wurde, ist der noch Officer gewesen. Heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, ihn noch zu befragen, machen wir das und würden es also im Hintergrund abarbeiten. Wenn er natürlich jetzt Langzeit in Urlaub geht oder, 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 müssen wir einfach schauen, wie wir weitermachen. Ich befürchte, das ist der Fall, weil er hat direkt zu mir auf Wiedersehen gesagt im Prinzip. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das im Rahmen... Ja, ich werde gleich mal anrufen. Da muss ich mal kurz dran, eine Sekunde. Ja, hallo. Versuchen Sie Coldwell-Nachrichten zu senden oder was da drüber? Habe ich auch gerade gedacht. Ja, ich versuche hier, ich versuche hier ein Start zu machen, dass er herkommen kann. Ja, ich bin noch leider nicht dazu gekommen, aber ich melde mich so, sobald ich kann, ja. Grüße zusammen. Abend. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Junius, die warten mussten, Herr Beck. Kein Thema. Ein drittes Mal wiederhole ich mich jetzt aber nicht. Vielen Dank für Ihre gute Arbeit, Coldwell. Ja, das wollte ich sagen. Vielen Dank für Ihre gute Arbeit, Coldwell. Großartes. Aber das hatte ich Ihnen ja schon gesagt, also von daher, das ist das Ergebnis. Und wir hatten soeben noch mal über O'Brien gesprochen, aber laut Mr. Washington kam es dort eben schon zur Kündigung. Oh, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja, der war eben bei mir und hat es gekündigt. Oh. Also die Streifendienstleitung, da sieht es sehr schlecht aus und die Co-Streifendienstleitung, boah. Also ich, mein Plan war jetzt diesbezüglich erstmal das Gespräch oder den Ausgang dieses Senats jetzt hier abzuwarten und je nach Ausgang dann zu agieren und dann die Stelle wieder auszuschreiben und neu zu besetzen. Ich muss nochmal, es tut mir furchtbar leid, ich, ja. Gottes Welt. Gottes Welt. Ich glaube, hier in der Runde gibt es niemanden, der dieses Gefühl und dieses Telefon in seiner Existenz nicht nachvollziehen kann. Hallo, ich drück die Leute nochmal weg. Das ist so richtig. Die meisten Leute rufen Price an, nicht mich. Das hat den Vorteil, der andere zu sein. Der Ruf. Ich bin gerne Sidekick. Haben Sie von den Ermittlern in die Nummer? Ja, von Price und dem anderen, keine Ahnung. Tut mir leid. Macht überhaupt nichts. Wir warten eben noch auf Kollegen John und dann können wir auch schon loslegen. Hatten Sie sich denn schon Gedanken gemacht, Mr. Washington? Ja. Wunderbar. Ging relativ knackig, trotz der Menge an Informationen, muss ich sagen, dass das ziemlich flüssig durchging. In meiner Wahrnehmung gestern. Ja. Für die Menge auf jeden Fall. Die Einschätzung teile ich. Ich muss aber auch sagen, und ich glaube, Mr. Washington stimmt mir dazu, noch eine halbe Stunde länger hätte ich nicht geschafft. Irgendwann ist man einfach erschlagen mit Informationen und von daher war es perfekt, so wie es am Ende dann noch war. Sodass wir heute dann schauen können, wie wir urteilen und dann ist die Sache auch erledigt. Oh, scheiße. Ich habe jemanden vergessen. Fuck, fuck, fuck. Ach, ich brauche irgendjemanden, der mir Sachen hinterher telefoniert. Nicht zu früh die Assistenz ausschreiben. Nicht zu früh. Ich vergesse alles immer. Naja, das Problem ist aber, dann werden sie auch nicht gefordert. Das heißt ja, fordern und fördern. Ich muss noch mal telefonieren. Das tut mir furchtbar leid. Vielleicht wäre so ein Bluetooth-Headset nichts Schlechtes für ihn, ha? Ja, aber dann wäre jeder ja noch mehr verwirrt, wenn das keiner mitbekommt, dass er telefoniert. So ein Einstandsgeschenk, so ein 5, 5, das kostet noch 5 Dollar Bluetooth-Headset. Auf dem einen den Funk, auf dem anderen das Headset. Klar. Trotz, ich meine, wenn man mal bei der Visitenkarte, ach nein, bei der Kreditkartenabrechnung anruft, dieses, als wenn der eine Blechdose vor dem Mund hätte. Ja. Oh Gott. Sir Beck, sind Sie heute bei der Vereidigung da? Ja. Wer hält, wer macht denn eigentlich die Vereidigung? Chief Justice. Chief Justice macht das? Ich vertrete ja nur Chief Justice und da er da ist, wird er die Rede halten. Ah ja. Ich habe das bei Burke immer sehr genossen. Ja, ich bin gespannt, wie John das macht. Anders, aber ich bin gespannt, wie. Das wird gut. Da schwelge ich wieder ein wenig in Nostalgie. Ja. Tatsächlich schwelgt jeder in Nostalgie. Es gab nämlich, die letzte Vereinigung war vor meinem, vor meinem Ruf in die Freiheit oder in eine andere Unterdrückungsstelle. Einigung gewesen sein, wo ich auch da war. Also meine auch. Ja, war auch meine. Hm. Müsste jetzt die Dritte sein oder täuscht mich das? Was wäre die Dritte dann? Ja. Zwei hatten wir Ende letzten Jahres und dann Januar und dann jetzt. April. Wird die eigentlich öffentlich sein? Die sind, also die sind eigentlich öffentlich, ja. Also da kommen Leute, die dann halt irgendwie Freunde von den Beamtinnen und Justizmitarbeiter, Kollegen, Presse. Genau, die Presse auch. Echt? Oh. Warum hat man sich entschieden, das diesmal am Observatorium zu machen? Eigentlich ist es nicht das Observatorium, sondern es ist die Sisyphus-Theater. Ja, so war mir das auch bekannt, aber Miss Cortez hat gesagt, diesmal will man mal was anderes probieren und es findet am Observatorium statt. Gut, kann sie ja. Ja, klar. Aber ich hätte ja sagen können, dass das einen besonderen Grund hat, jetzt. Keine Ahnung. Darf man erst dann alles zeitig? Wann geht das los? 20, 22 Uhr. 22 Uhr, okay. Nein, das ist die Vereidigung, ja. Das ist gar kein Problem. Das dauert ja nur 15 Minuten oder so. das passt. Nee, das ist gut, okay. Herr Lentsch, ich wollte vorschlagen, jetzt weiß ich aber nicht, wie das mit der Presse ist. Wir haben ja jetzt gerade einen riesigen Aufruhrdepartment besöhnlich dieses Falls. Ob man nicht, wenn man jetzt halt bei der Vereidigung bereits einmal alle zusammen hat, ob man da nicht ein paar Worte dazu verlieren möchte und ein bisschen aufklären in der Belegschaft. Jetzt weiß ich aber nicht, wie sich das verhält, wenn da jetzt auch geladene Gäste von außerhalb dazu stoßen mit den Internern. Interner sind das, also als Interner würde ich das gar nicht behandeln. Das ist jetzt nicht mehr Interner. mir geht es darum, die Presse wird ja jetzt wohl auch da sein und sollen die ein vernünftiges Sediment bekommen, wo ein bisschen Zeit rein investiert wurde oder soll man dann da auch so ein spontanes, also ob die das gleich mitbekommen sollen, das ist die Frage oder ob man das nochmal vernünftig aufbereiten soll für die Presse. Weil andernfalls würde ich vorschlagen, das gegebenenfalls einfach bei der Vereidigung davor anzusprechen, damit einfach alle auf dem gleichen Stand sind und alle aufgeklärt sind und nicht, der weiß, was Phase ist. Wird denn heute, es wird ja heute noch die, heute wird ja mehr oder weniger das Große und Ganze abgehakt und dann wird nochmal hinterhergegriffen bei zwei Personen oder einer Person? Nee, eigentlich nur O'Brien und die Staatsanwaltschaft macht natürlich strafrechtliche Aspekte. Ja, dann ist das dann am Kunde gekommen. Dann fragen Sie, dann fragen Sie da einfach mal Washington, weil am Ende des Tages muss der das jetzt entscheiden. Ja, na gut. Wie er das an die Presse weitergeben soll, soll er erst entscheiden. So, Mr. Washington, Mr. John, wollen wir? Ja, kommen wir. Ja, meine Herren, wir sind dann gleich wieder bei Ihnen. Ja, viel Erfolg. Viel Erfolg. Vielen Erfolg. Alles klar. Apropos Presse, dass Weasley News aktiv nach Zeugen des Vorfalls sucht und auch Honorar auslobt, haben Sie gelesen auf Wienet? Ja, ich habe es mitbekommen. Das ist jetzt halt alles Ich glaube, die wollen im Nachhinein noch eine Hexenjagd draus machen. Ach, sie können, das am Ende des Tages, am Ende des Tages ist alles, was da jetzt passiert, selbst verschuldet. Jede einzelne reißerische Überschrift, Pressemeldung, ist alles selbst verschuldet. Jegliche Form der Resilienz oder der Unterdrückung wäre jetzt genau das Falsche. Die sollen, von mir aus sollen die schreiben, was sie schreiben wollen. spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass aufgeklärt ist, dann wird gesagt, dass es aufgeklärt ist, dann werden die Ergebnisse genannt und dann alles gut. Also ich rechne jetzt damit, dass hier mindestens zwei, eher drei Köpfe rollen. Ich gehe auch von drei aus. Ich habe auf zwei. Ich bin mir aber nicht sicher. Zweieinhalb, vielleicht eine Degradierung. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also definitiv eine Entlassung. Ja gut, die eine Entlassung, ich glaube, da sind wir uns alle drüber einig. Dann aber, also ich muss ganz ehrlich sagen, was die SD-Leute da so abgezapft haben. Man darf es, man es nervt mich so sehr. Gerade um die Aussage von Taylor, ist die 92. Die waren ja sehr schwierig. Das muss man mit einem anderen Blickwinkel betrachten. Das muss man wie so ein unschuldiges, kleines Etwas betrachten. Das ist dann leider Gottes ein bisschen doofe Aussagen vor Gericht tätig. Obwohl da eigentlichen Herzen ganz viel war. Sagen Sie das bitte nicht, Visual News. Ja, ja, nee. Auf der next way. Bitte nicht, Visual News. Danke. Taylor war doch der, der gesagt hat, das war das bestmögliche Ergebnis. Ja, er war ein guter Einlass, lief alles tiptop. Ja, Taylor war der, der nicht wusste, wie viele Magazine er abgegeben hat, in welcher Folge er geschossen hat und wen er alles getroffen hat. Ja, richtig. Tja. Schwierig. Er hat sich gewaltig in die Scheiße geritten, wenn man das so sagen kann. Noch mehr, als er eh schon war. Tatsächlich fühle ich mich gerade in Bezug auf die mögliche Urteilsverkündung etwas fehl am Platz, weil das war weder meine Aufgabe, noch werde ich mich da einmischen. Das sind Dinge, die muss das DOJ entscheiden, ja, beziehungsweise der Senat. Das ist von daher schwierig. Das ganze Konstrukt ist schwierig. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Schwierig wäre es, wenn eine Person nicht vier unterschiedliche Fachbereiche geleitet hätte. Das wäre schwierig, weil dann so viele Leute hinterhergreifen müsste. Für mich ist schwierig und das ist das, was mich auch am meisten mitnimmt, ist, dass dieses gerade in der Voreinsatzstufe, dieses Kollektivversagen sämtlicher beteiligter Officer und Officerin, dass dort niemand gesagt hat, die Hand gehoben hat, sich rumgedreht hat und gegangen ist und gesagt, nee, mach ich nicht. Ich glaube, das schockiert mich immer noch mit am meisten. Da ist es auch super schlimm, dass innerhalb des Departments kein Vertrauen in andere Abteilungen ist, also in die DOA beispielsweise. Tatsächlich wundert mich das nicht. Also schockieren tut mich das nicht. Ich hatte gestern schon ein größeres Gespräch mit McElroy und wir sind in diesem Thema dann irgendwie gewesen und ich muss sagen, Sie kennen das doch auch. Es gibt so eine kollektive Unterdrückungsstimmung bei der Tatsache, dass man denkt, dass man der Einzige ist, der etwas denkt. Stellen Sie sich das Szenario vor, Sie stehen in einem geschlossenen Raum, wo von sechs Leuten zwei den PIN haben, eine halbe Stunde vorher um 18.44 Uhr eine Besprechung gemacht wurde, dann um 19 Uhr wurde losgefahren und dann stehen Sie da eine Stunde in dem Raum und dann manifestiert sich der Gedanke, ich finde das total scheiße, aber ich sage nichts, weil ich glaube, ich bin der Einzige hier. Und die Ironie dieser Situation ist von sechs Leuten haben vier Leute genau dasselbe gedacht. Aber da keiner davon gesprochen hat, hat sich diese Schwelle der ich bin der Einzige und ich bespreche das jetzt nicht oder stelle das jetzt nicht in die Frage so unglaublich hoch dargestellt, dass dann niemand was machen konnte. Das ist so eine ganz unangenehme Gruppendynamik. Das hat man ja draußen auch in kriminellen Organisationen. Da gibt es auch immer wieder Leute, die aufgrund dieser Dynamik sagen, ja, ich wollte das eigentlich nicht, aber ich war irgendwie in dieser Gruppe. Was noch erschwerend hinzukommt, finde ich persönlich, zumindest von sie Seite aus, dass praktisch die gesamten, alle, die Bescheid wussten und die meisten Teamleads alles S-Dealer waren und da wussten dann vermutlich die meisten Officer auch nicht, die kannten die vermutlich nicht mehr wirklich. Ja, ja, klar. Mr. Coltwell, ganz ehrlich, Mr. Harrison hat dort nach meiner Meinung nach, das ist das, was ich analysieren konnte, nach besten Eigenschaften gehandelt und Mr. Harrison hat seine Wurzeln nun mal im S-Deal und da auch dann natürlich Vertrauensbasis zu diesen Officern und zu diesen Übungen. Wie lange war er in PD? Vier Wochen? Fünf Wochen? Vier Wochen war der in PD? Er kommt vom SC runter, so wie ich. Also Maxwell und Harrison sind damals von Chief of Police Hawkins installiert worden, als es den Umschwung gab, kurz bevor die GHS, ich glaube, das war um den 19. rum, also der Donnerstag muss irgendwie der 17. oder 16. Dritte gewesen sein, als die GHS abgezogen ist. Und da wurden diese Kräfte installiert. Und in diesen vier, nennen wir es fünf Wochen, konnte Harrison das Department aus meiner Sicht auch gar nicht gut genug kennenlernen, um dann auch den Vertrauens und auch den Wissens und Qualitätsstand der einzelnen Officer so genau zu kennen. Dann hat er auf das Wissen zurückgegriffen, was er zu dem Zeitpunkt hatte. Eine Frontlinie bilden und in den Tunnel schießen? Nein, das bezieht sich auf die Person, die er ausgewählt hat, für die Planung, für die Durchführung, für die Lied. Eine Frontlinie bilden und auf den Tunnel schießen. Ja, wenn man das so auslegen möchte, ist das tatsächlich so. Ich habe lang genug mit ihm oben in Fort St. Kudo mit ihm zu tun gehabt und ich bin perplex aufgrund dieses Einsatz Ablaufes und der Planung. Ich sage Ihnen das, wie es ist. Ich auch. Wahnsinn. Ich bin, ja gut. Sie kennen ja leider Harrison nicht anders. Man machte eigentlich, also abseits von diesem Einsatz, da müssen wir uns nichts vormachen, der war katastrophal, aber es ist ja, ach Gott, abseits davon ist es aber in meinen Augen vieles richtig gewesen, was er in der Zeit gemacht hat als Streifen. Ich bin ganz ehrlich, entweder ist er der größte Blender, der mir je runtergekommen ist oder aber er hat einfach jetzt in dem Timing in diesem einen großen Einsatz halt mit beiden Händen ins Klo gegriffen und dann hat das Klo den Rückwärtsgang geschaltet. Mhm. In der Meinung bin ich auch. Aber das ist vollkommen losgelöst. Dieser Einsatz, das ist einfach, das darf so nicht passieren. Keinem. Niemals, nicht, nirgendwo. Ja, da sind wir uns alle einig. Mit dem CMK ist. Oder halbwegs jedenfalls. Naja, ich würde schon sagen, dass wir uns hier einig sind, dass so ein Einsatz so nicht passieren kann. Ja, hast du recht, hast du recht. Hat einfach schwer in Worte zu fassen? Max, was hast du eigentlich in deiner magischen Tasche drin? Äh, ich musste Beweismittel sichern. Ist das Falschgeld? Äh, nee, tatsächlich nicht. Also, der Frage war, was in den, was in den, was in den, ähm, Banktaschen, vom Banktaschen war. Ja, ich hatte die damals gesichert gehabt. Da waren knapp drei Millionen Dollar in Scheinen drin. Ich fass das immer noch nicht. Schwing hast du diesen neuen Anzug? Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, Münzen wäre ein bisschen unvorteilhaft gewesen. Aber eigentlich auch ziemlich clever, ne? Damit wären die auch erst mal so schnell nicht da rausgekommen. Ja, auch wahr. Ein Millionen in Kleingeld. Hätten die mit dem Lastenkipper da vorfahren müssen. Die hätten das da auch digital direkt überschreiten können. Die wären ja trotzdem nur als Schweizer Käse da rausgekommen. Das stimmt wohl. Und was ist jetzt in der Tasche da hinten, Maxwell? BTM? Irgendwas? Irgendwelche anderen Waffen? Jetzt sagst du, da sind die drei Millionen drin, ne Maxwell? Ne, das ist mein Geld, mit dem ich mir in den Aussatz absetze. Ne, ja, das ist... Also, das ist das Geld, was noch übrig ist. Genau, genau. Nur noch eine Tasche, ja. Achso, das muss noch vergraben werden, ne? Die lag irgendwie hinter der Justiz und da sind Drogen drin und ich sollte die sicherstellen. Oh, schön. Und sie ist jetzt sichergestellt, ja. Also im Genauso, wie die lagen in ihrem Büro denn? Glaube ich sofort. Wo genau die waren, weiß ich tatsächlich gar nicht. Deshalb war auch am Fros da wieder rumgefummelt. Jetzt hab ich sie verraten, verdammt. Owe, magst du die Tasche gleich mitnehmen? Du stehst irgendwie mehr als mir. Was soll das denn heißen? Ach, du Praktikant bist, Coltwell. Nein, 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 ich sag nur, dass ihm die Tasche bestellt. Guck mal mich mit der Tasche an, dann guckt mal Coltwell mit der Tasche an. Coltwell, einfach das Sakko ausziehen, das kurz ärmlich ist und dann geht's los mit der Tasche und werden sie da draußen direkt verhaftet. Wollte grad sagen, also wenn ich jetzt ohne Ärmel das Ding trage, dann glauben die aber wirklich das BTM drin. Ja. Ach, welche Tätowierung, oder? Ja. Boah, jetzt haben sie aber gebraucht. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht weiß, dass jeder oder welcher Office tätowiert ist. Tja. Nicht meine Abteilung. Mhm. Ja gut, im Esti war das ja sowieso unirrelevant. Kommen Sie vom Esti, Murphy? Ich komm vom Esti. Ach du Scheiße. Esti, Esti, Esti. Ja, sowas würde ich jetzt nicht gehen, Maxwell, aber naja. Ich muss es trotzdem immer noch machen, das gehört zum Ruf. Habt ihr diese Dynamik nie verstanden, Freunde der Nacht? Ich sag euch, wie es ist. Ich auch nicht, ich auch nicht, aber ich zieh da einfach eisern mit. Nee, also es gab schon einen Grund, warum ich mich dann E-Doa verkrochen hab und dann, wie ich sag ich mal, frei bewegen durfte. Ja, aber jetzt gleich einen Wert ergangen. Ja. Ein kurzer Tipp, ne? Mitläufer-Taktik ist nicht immer das Beste. Nee, es geht ums Mitlaufen, es geht ums ums Mitmachen. Während wir Gemeinschaften erzeugen. Das ist das, was die Leute wollen. Die wollen diesen, diesen kleinen, ähm, wie nennt man es am besten? Diese kleine Differenz, ja, die macht das Ganze ein bisschen spannender, ein bisschen spicy. Also ich glaub, es gibt auf der gesamten Welt keine größere Gemeinschaft als das Esti hier in Los Santos. Da ist das B-Casher mit eingerichtet? Da ist jede Gruppierung, wenn man es Gruppierung nennen möchte, ähm, auf der ganzen Welt mit eingeschlossen. Ah, ich mag die Sheriffs nach wie vor. Die sind ein bisschen eigen, aber das ist das Tolle an denen. Warum heißen die Lost Attackers jetzt eigentlich Lost Ast- As-Taggers? Ja, äh, Weasel-News-Beitrag, ne? Ja. Auch gesehen. Ist das bestätigt? Weiß ich nicht, warten Sie mal. Sag mal an. Das ist so eine Mischgruppe jetzt, ja, weißt du. Nein, kein Problem. Befugnisse wurden erweitert. Im neuen Beschluss des Department of Justice wurden die Ordnungsamt weitere, ah ja, der TÜV, genau. Zeugen gesucht, Anonymität gewährleistet. Ah, guten Abend. Sagen Sie, ähm, also, die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich hab da so einen Beitrag gesehen im Wienet. Ähm, also, also stimmt das da mit dem Namen und so? Ah, okay, das ist wieder windiger Journalismus, ja? Ah, okay. Ja, gut. Alles klar. Ja, mehr wollte ich gar nicht. Vielleicht hat er auch beim Scribble der Game Master gepinnt, wer weiß. Ja, ich, ich wollte das nur mal verifiziert haben, ob das jetzt stimmt oder nicht, was da steht. Ich komm gleich wieder. Okay, okay. Gut, alles beim Alten. Sehr gut. Motiviert. Absolut. Ja? Eben. Jetzt bemüht. Sehr gut. Okay, ne, ich will gar nicht länger stören, ne? Schönen Abend. Maxwell ist aber wirklich ein cleverer Hund. Jetzt hat er die Tasche provokant einfach stehen gelassen, damit ich die mitnehmen muss. Ja, so schnell geht das. Hm. Ja, okay. Ne, das scheint Fake News zu sein. Von Weasel? Ja, die haben sich nicht umbenannt. Hat jedenfalls einer aus der Gruppe da gesagt. Warte mal, sie haben auf Kurzweiltaste jemanden von dem Lost Aztecas? Ja, klar. Wissen Sie, wie oft ich mit denen zu tun habe? Ja, ne, weiß ich nicht, aber anscheinend oft genug, dass man eine Kurzweiltaste hat. Ja. Ja, das kommt folgendermaßen. Sie schicken ihnen einen Strafbefehl und zwei Minuten später rufen die an und fragen, was da eigentlich los war, weil die alles abstreiten. Dann erklären sie denen, was da los war und dann sagen die, ah ja, ich erinnere mich. Okay. Ja, das klingt tatsächlich nach den Lost Aztecas. Das kann ich so bezeugen. Ja. Wegen ihrer Praxis. Und dass Weasel News jetzt Fake News verbreitet, ist jetzt auch nicht so überraschend. Wer leitet denn Weasel News aktuell? Das ist nicht. Gute Frage. Wer leitet das mittlerweile eigentlich? Also letztens in der Gerichtsverhandlung habe ich einen Mann und eine Frau gesehen. Das hilft jetzt wenig. Boah, das kann es wirklich ein. Oder arbeiten die da nur? Ich weiß nicht, welche beiden sie meinen, aber... Ja, das weiß ich halt auch nicht. Keine Ahnung. Aber es sind zumindest mindestens zwei Angestellte bei Weasel News. Ja gut, das ist wohl... Oh, dieses dumme Tablet hängt sich ständig auf. Bin sie da Floppy-Bird drauf? Nee. Mann. Immer im Winet. Da will ich auf irgendeinem Profil gehen und dann hängt sich das auf. Gut, das ist vermutlich der Marmorpalast hier. Da kommt das Wi-Fi nicht so gut durch. Oder sie gehen einfach mal vom WLAN-Kabel. Oh Gott, machst du das? Die Witze. Sagen Sie, Coldplay, stimmt das eigentlich, dass das ja nicht alles Marmor ist? Das Scheller hat da letztens was angedeutet. Das ist tatsächlich Trockenbau aufgeklebt. Ja, ne? Zu großen Teilen ist das Marmor. Also wir stehen auf Marmor. Aber das ist einfach nur eine sehr teure Fototapete. Wahnsinn. Ist auch clever gemacht, weil das hört man ja, wenn man auf Marmor geht, den Unterschied hörst du raus, aber an der Wand laufen die wenigsten Leute hier lang. Verblüffend. Jetzt muss ich es sagen, Coldplay. Physik. Hm? Du musst nur wissen, wie. Dann nehme ich an, die Bilder sind auch nicht echt, oder? Nee, es kommt ja drauf an, ne? Also echt im Sinne von da hängen ausgedruckte Bilder, ja. Echt im Sinne von das sind wertvolle Kunstwerke, ich denke eher nicht. Das ganze Geld ist vermutlich in den Werbewagen da draußen geflossen. Oh mein Gott, das Ding kostet eine halbe Million da draußen, oder? Ja, und das steht nur vor der Tür. Was zur Hölle ist ihr Problem beim DOJ eigentlich? Eine halbe Million? Das ist doch Steuergeld. Ja, die Frage müssen sie an den Chief Justice adressieren. Das ist unglaublich. Also, ich mache hier nur die Hand auf. Also, jetzt haben wir wirklich nach aktuellen Ermittlungen herausgefunden, dass das Polizeidepartment für so viel Geld zumindest noch Verbrecher effektiv ausschalten kann. Und sie kaufen sich ein Auto. Ja, ausschalten, ne. Ist halt, äh, halt da sehr wahr in dem Fall. Also, auf sieben bis zehn Meter ist das PD und SD wirksam, ja, korrekt. Bis zu zwölf. Je nach Streuung. Ja. Aber wenn man streut, dann hat man ja genug Magazine dabei, wie wir gehört haben. Ich wollte gerade sagen, ne. Also, ich glaube, nach eineinhalb Magazinen streut die Waffe so ein kleines bisschen. Bis der Lauf glüht. Genau, bis der Lauf nämlich. Aber, Mr. Masters, immerhin steht ihrer Party jetzt nichts mehr im Wege, oder? Der hätte auch so nichts im Wege gestanden. Ja, selbst wenn das morgen noch mit dem Senat zu geben gegangen wäre. Partys beginnen, wenn sie beginnen. Und Partys, ne, kann man nicht aufhalten. Ja. Wir haben auch schon einen Namen dafür. Oh Gott. Wie ist denn der Name? Staffelfinale. Ich komme auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich habe auch noch was am Schreibtisch zu tun. Wir haben schon den ersten VIP-Gast, der bestätigt hat, dass er anreist. Oh Gott, ist es Perkins? Nein. Der ist doch schon wieder im Land. VIP-Gast. Wir werden morgen auf der Party die Reunion von Hackelmaster feiern. haben tatsächlich Hackelberry aus Hawaii hierhin geholt. Ja, natürlich. Das verkrafte ich nicht. Deine Kosten und Mühe sind gescheuert. Wir haben schon ein kleines Trostlästerchen anfertigen lassen für Sie, Mr. Lench. Ich habe Ihnen aber schon gesagt, dass ich nicht komme, ne? Wir werden sehen. Hinterlegen Sie es bei einem MPD hinter für mich. Das kriegen wir schon hin. Wird Ihnen gefallen. Was? Ich dachte, Sie können mit Informationen und den Aufnehmen, den Verarbeiten dazu besonders gut umgehen. Aber wenn ich Ihnen sage, ich komme nicht, was macht das mit Ihnen? Na? Naja, Sie haben schon sehr oft Dinge gesagt und am Ende waren Sie ganz anders. im positiven Sinne. Ja. Ja. Wie zum Beispiel, es gibt kein Swatter. Zum Beispiel. Aber mir wäre auch jetzt spontan nichts anderes eingefallen. Also, ich kann Ihnen sagen, machen Sie da morgen so lange und so ausgiebig, wie Sie meinen. Mir soll das egal sein, auch wenn es laut ist. Im Zweifel fahren wir in unserem neuen Haus am Alamossee. Naja, Sie wissen aber schon, dass Sie und Ihre reizende Gartin eingeladen sind, ja? Das weiß ich, ja, ja, aber ich weiß ja nicht, manchmal, es ist ja, dass einem dann einfach auch die Augen zufallen oder so. Kein Problem. Also, wir hatten da nicht vor durch Ruhestörung und übertriebenen Lärm aufzufallen. Da müssen Sie jetzt eh aufpassen, der neue Beschluss hier, da muss man 23.30 Uhr Schicht im Schacht ohne Genehmigung. Ach, der TÜV, ja, 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 ja. Wieso, die stellen doch nur Strafen von 500 Dollar aus. Und das müssen Sie auch erstmal einziehen können. Das ist ja keine Exekutive, es ist nur der scheiß TÜV. Ich dachte, die das Haus abschleppen. Aber also, die müssen genauso die Polizei rufen. Das ist richtig, aber so lange halten Sie sich am Ärmel fest, ne? Ja. Die soll mich mal am Ärmel festhalten. Ich wollte gerade sagen, dass das alles im hinteren Bereich des Gartens, also, da ist ein Pool, da ist es nass, wenn da mal jemand ausrutscht und fällt, also, ja. Ich denke auch nicht, dass das zum Problem wird. Scheiß TÜV. Ne, ich meine, Mr. Denton, Sie wohnen ja auch da, da geht ein langer Hang runter zur nächsten Straße. Das ist richtig. Ich glaube, das sind mal ein Umparken. Was erlaubt sich eigentlich der TÜV? Ja, viel zu viel. Wenn Sie sich da mal die Strafakten angucken, das ist Wahnsinn. Ich habe tatsächlich bisher, ich stecke da auch in der Materie tatsächlich nicht drin, immer nur gehört, dass der verprügelt oder geschlagen wurde, also. Entweder werden sie verprügelt oder sie prügeln selber. Es gibt immer nur diese zwei Kategorien. Ach so. Ja, ja. Bei dem im Hof vorder auch schon, ich glaube, es sind drei Autos in die Luft gegangen. Ja, John musste wegen dem TÜV schon einiges an Kritik einstecken. Der hat mal mein, da wurde ein Auto von mir geklaut und der hat das angekauft. Der hat Heelerware gekauft. Ich hätte fast den ganzen Hof durchsuchen lassen. Ja, und, und, also hat das, also, wie haben sie es dann zurückbekommen? Ich habe ihm gesagt, er soll das da hinstellen und den Mund halten. Aber das hat dann wenigstens geklappt. Nee. Aber der hat das da hingestellt, auf jeden Fall. Das hat geklappt. Oh, ich glaube, jetzt verspannt. Teil Erfolg. So, wie sie uns zurückgelassen haben, Mr. Beck. ja, unverändert. Ja, Mr. Denton ist wieder da oder dazugekommen. Ja. Und? Und wir sind uns einig geworden. Okay. Wann geht es drüben los? In sieben Minuten. Na, zwanzig, ja. Okay. Na dann. Ich suche mir schon mal meinen Platz. Ich habe die Drogen, alles gut. Die kann hierbleiben. Bitte was? Ich glaube, der rechte ist es, Mr. Beck. Ja. Schließe ihm die Tür auf. War schon offen. Dann würde ich mir die Dienstausweise von denen zeigen. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Wer wieder. Nee, jetzt ist unsere Sitzordnung kaputt. Sekunde, ich muss rüber. Ja, ich war ganz außen. Kommen Sie, Kaut, weil Sie dürfen wieder in die Mitte. Danke. So wie gestern, damit es einheitlich bleibt, ja. Achso, ich muss hier noch raus. Lassen Sie mal Koto durch. Koppel, ich muss rein da. Lass mir nur ganz kurz die Tasche, ach egal. Lass die jetzt an. Verzeihen lassen Sie die Drogen Tasche einfach rum. Der Trost für später. Oh, Gott sei Dank ist das dann heute vorbei. Ja. Thanks. Ja, da kann ich mich dann dem nächsten widmen. Bin nur zwei Wochen hier und das geht mir ja total auf den Nerven. Was steht da als nächstes an, Mr. Lentsch? Na, der Commissioner. Ich erstatte Bericht rund um die Fehleranalyse des nun Prestigeprojektes oder Pilotprojektes der Polizeizentrale. Erste Berichte sind schon eingegangen und wir werden dann, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, als Fehler Abarbeitung oder Ausmerzung langfristige Verträge mit den Führungskräften machen, damit die nicht die Option haben, die Positionen, die sie einnehmen, verlassen, weil wenn Führungspositionen gehen, bricht die Infrastruktur des Polizeidepartements zusammen. Darum werden wir 35 Jahre lange Verträge mit denen fix setzen und wenn sie es nicht einhalten, 95 Prozent der Pension abziehen. Gott, Schützer Amerika. Denk nach einem guten Plan. Tja. Ach, das glaubt der Commissioner bis jetzt auch noch. Mal gucken. Das sind sicher alles Erfahrungen aus dem Lentscheiß, oder? Hm. Ja. Mal gerade rechnen, 35 Jahre, ne, da falle ich irgendwann tot aus dem Stuhl. Auf gar keinen Fall. Ja, arbeiten bis sie sterben. Das ist die Wirklichkeit. Leider ja. Haben Sie Washington schon von seinem möglichen Glück erzählt? Dass er arbeiten muss, bis er stirbt? Ja. Das braucht man so eine kleine Realität. Der hat seinen Arbeitsvertrag vorher schon unterschrieben, das ist jetzt halt ein bisschen schwierig. Der kriegt ihn vielleicht erst, wenn er in der nächsten, wenn diese, wenn er nochmal eine neue Auflage kommt oder eine Gehaltserhöhung will. Sie wissen noch, wie das ist. Ja, das ist gut. Einfach im kleinen eingedrückten unter Jubel. Ein Blutvertrag. Ja, so ist es. Das ist wahr. Der Saal füllt sich. Herr Beck, wie lange sind Sie hier noch eingebunden? Danach bin ich zeitlich flexibel. Wieso? Ich hätte noch zwei COCPs besprechen müssen. Traumhaft. Da war alles so gut wie vollendet. Alles gut. Ist nicht viel. Perfekt. Ich liege doch richtig in der Annahme, dass Herr Ford tatsächlich gekündigt hat, wurde, wie auch immer. Nein, Herr Ford hat seinen Urlaub bis morgen. Okay, zu mir wurde gesagt, dass er wohl am Tag seiner Urlaubnahme am Abend noch gekündigt wurde. Das ist ganz spontan. Das wäre mir neu. Dann werde ich das mit Ford besprechen, dann vergessen sie das wieder. Okay, hat Ford Ihnen das gesagt? Ich überlege gerade, wer mir das gesagt hat. Nee, es war aber ein Justizbeamter tatsächlich. Wir können das gleich abklären. Ja, machen wir. Deswegen war ich so verwundert. Ich habe das erst für wahre Münze genommen, aber anscheinend okay, gut. Da war der Ford einfach Ford. Boah, guck mal, ehrlich? Wirklich? Ja, ja, wirklich. Ich lege noch einen drauf, das muss der Urschwung gewesen sein. nein, 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 nein. Ei, ei, ei. Oh. Lassen Sie das. Unterlassen Sie das. Wenn ich in irgendeiner Form noch Autorität habe, unterlassen Sie das unverzüglich. Teugebeck. Da ist bestimmt die Minibar platziert. Da entwickelt sich also so eine Multi-Level-Minibar-Situation. Oh, Multi-Level-Dach-Situation. Und er sagt noch, man soll aufhören, jetzt kommt er mit der Multi-Level-Dach-Situation. Naja, die Multi-Level-Dach-Situation ist aber in meinen Sprachgebrauch auf jeden Fall übergegangen. Das war ein wildes Wort. Das ist, also ich habe das noch nie gehört. Ich feiere das sehr. Ich feiere das sehr. Das habe ich auch direkt in meinem T9 etabliert. Multi-Level-Dach-Situation. Sehr wichtig. In allen möglichen Variationen. Ich mag das. Ich bin ein ganz großer Fan. Toll. So. Ich habe mir das gespart und Etagen geschrieben. Multi-Level-Dach-Situation oder wie man sie auch gemein nennt, Etagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir eröffnen wieder die Senatssitzung zur Operation Shadowland. Ich bin ein ganz großer Fan-Situation oder wie man sie auch gemein nennt. Der. Der. Die. Vielen Dank.